Einen sauguten Abend wünsche ich euch mitzumal von BrokentimesTV, von BTD Vlog, von Schwedeboy Und ich bin wieder in Berlin und das ist der vierte Tag vom No Shave November Ich weiß nicht wie Manuel aussieht, aber ich seh mittlerweile aus wie ein Hurensohn Also so wie immer sagt Manuel im TeamSpeak Ich will nicht lange euch auf den Sack gehen, weil wir nämlich jetzt aufnehmen müssen Ich wollte euch nur mein tolles Getränk zeigen Es ist kacke rot und es ist sehr viel Koffein drin und ich hoffe ich scheiße mich nicht schon wieder an So wie beim letzten Mal Damit würde ich sagen, würde mich echt freuen, würde mich wirklich freuen, wenn ihr mich küsst